ja 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 was geht youtube ich wünsche der jamtv und leute oh mein gott ihr wisst nicht was abgeht mein vater kommt jetzt gleich nach hause es ist wieder zeit für einen prank ihr habt so lange darauf gewartet leute ihr wisst aber meine pranks sind real deswegen dauert das immer ein bisschen kommt letzter pranks hatte gesagt 10.000 likes der pranks hat einfach 24.000 leute dieses mal habe ich eine anzeige geschrieben an mich wo drin steht ich habe einen richtig kaputt gehauen kiefer gebrochen arm gebrochen und so richtig krass auf jeden fall mehrmals darauf eingetreten und so und es war eine sache vorher mit so also gerichtlich und so dies das und da hat mein vater vorher den film auf mich schon geschoben so wegen seiner kleinigkeit auf jeden fall aber jetzt wenn ich damit kommt wird der komplett ausrasten meine mutter wird mit dem brief nach hause kommen das werde ich dann im wohnzimmer filmen aber am ende des pranks werde ich ihm auf jeden fall was schenken also bleibt bleibt auf jeden fall bis zum ende dran checkt dieses video teilt dieses video verbreitet diesen pranks überall teilt das facebook instagram snapchat übrigens könnt ihr mir dort auch folgen und mein vater hat übrigens auch instagram den könnt ihr auch folgen der ist kurz vor seinen 10.000 verloren also macht die mal voll und der jetzt viel spaß mit dem video wird auf jeden fall zu jetzt sofort kapatiuson kapatiuson ist was wichtiges zieland jetzt sofort kapatiuson kapatiuson ist was wichtiges zieland jetzt aber du weißt nicht was passiert ist jane ich bin ich bin im recht so verstehst was ich meine auf einmal hat er gesagt was denkst du ja du bist auf einmal noch mal noch schau mal du büro die schau mal noch gar nicht so ist es ist er und nun kümmern du Rundner keinmal ist er ja nur das war gar nicht soo ja keinmal ist er ne merkt das ding ist er hat mir einen gefähr verrat und der dann hat der mich vor erhoben so randau und dann habe ich den kaputt geschlagen keinmal bin ich den wohnen in meinem autoren geschlagen bin ich andere ausfahrt direkt weg befand Du kommst bald i den Knast, Ich bin nur zu dem, bist du nicht. Du setzt noch einen Drauber, stehst du vor dem Typ und dann lässt du dir einen schlagen, ne? Und dann denkst du jetzt für den rechten Zustand, jetzt kann ich den kaputt schlagen, bist du noch stolz drauf. Das Ding ist, hier steht... Ja, was das Ding ist? Am Boden gelegen habe, soll der Angeklagte Jumper ihm wenigstens dreimal mit voller Bucht mit dem beschuchten Fuß gegen den Kopf und den Körper getreten. Aber Allah, ich hab mich gegen den Kopf getreten. Der Geschädigte erlebt dadurch eine Kieferfraktur, ein Kieferbuch und ein Unterarmbruch. Kolmolasse greift dieser. So wie Prellungen am ganzen Körper und wurde vor Ort notärztlich verloren. Mach das Spiel aus, fattet ihn, mach! Sen, ne, 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 ne. Ne, 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 ne Ja, 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 ja. Koca adamsın, nereine vurayım senin ya? Ja, şu karının yüreğini inecek günüm günde, anahın yüreğini inecek. Kardeşim seni örnek alıyor, böyle mi a Wije örnek alacak? Anasını s***yim, sen mahkemeye çık bu davada, ben hakime var, anam khalatın olsun. Doğruyu konuşmaya yansın, anasını s***yim. Hatır lan bunu adam içer, demesen anamı s***sinler ha. Kaç beladan dedim ben sana, defalarca. Amina vurdun, neresine vurdun lan? Çenesini kırdın, kolunu kırdın. Hangi hakime inandıracaksın kendini sen şimdi ya, hangi hakime inandıracaksın? Ben hakim olsam anasını çikayım senin anında içeri atarım lan. Elim ayağım tutturuyor lan. Oğlum olmasan seni nasıl çikayım duvarlara geçiririm lan. Ya senin amacın ne? İstikbalini kurmak için elimizden gelen arkamızdan koymuyoruz ya. Mamura koyacağım senin oyunun moynunu da bir kişi anında. Mamura koyacağım ha. Mamura koyacağım. Mamura koyduğum oyunların bokunu çikayacağım Allah'a. Ha bu oyunların... Kırarım kafamdan lan küllü. Seni anasını çikayım hakime vara şikayet etmeyin yoksunuz. Bak mınakoyum bu mahkemeye benle çıkacağım. Atın amınak odamın oğlunu içerideceğim. Bu işi davayla bitireceğim. Kendini yapmışken bizi de yakacağım. Elin kızını yakmak. O adama ben sözümü verdim tamam mı? O adama ben dedim ki benim kızım bu dedim. Sen benim karşımda dağ mı... Lan nasıl bakacaksın o adamın yüzüne? Hadi bana karşı böylesin. Nasıl çıkacaksın dağ o dağabının karşısına? Ne diye çıkacaksın o adamın karşısına? Dağut abiyle de konuşacağım. Böyle adamı kız verilmez. Senin bacın olsa böyle bir adama kız verir misin? Sevmek bitmiyor. Kabadayılığın en kralı çekilmek de bir kabadaylıktır tamam mı? Eyvallah demek de bir kabadaylıktır. Kâk yarat sis tavuzun maal gızaht diye giymiş kaydolsun değil. Ama iyiy. İy. Lan amınak odalar arabanın geri güzesi yok mu? Arabada değildi ki dışarıdaydı. Dışarısını içerisine sikiyim. Amına kodunur orada lan. Dedak gelin de sen. Çıkacaklar günün birinde kör bir köşeden. Nerede oturduğunu kalktığını da biliyorlar. Sikecekler ebeğin şumuru. Seni var da seni. Anama bu akşam bir şey olur. İçeri zaten girerken şekli değişti. Tamam mı? Bunu çok pahalıya mal olacaktı sana. Bu işi de bitireceğim. Ben şimdi hemizeye gideceğim. Ver lan mektubu. Mektup nereden? Sen bu adamın nesiyle gelecek kuruyun diyeceğim. Ben Doğu Dağa'ya söz verdim. Benim kızımdır dedim. Ben kızıma ateş atmam. Adamsın, iyi sırasın tamam. Adamlık sevmekle olmuyor. Adamlık sükunetle olur. Çekilmek de bir mertliktir. Vurdu bir tarafın mı kırıldı? Sen aradın oğlum Şamar'ı. Arabın üstüne niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun üstüne? Ya Şamar'a attık da... Şamar'a sıçtın mı ağzından? Boksör değil misin? Ama o bir yaha ben de attım Şamar. Ne oldu? Bir tarafın meksildi. Yazıklar olsun sana be. Ya onun için... Onu bunu yok bu işin. Ben Doğu Dağa'ya söz verdim. Sözlerden çıkıyor oğlum bizden. Götümüzden çıkmıyor. Elimizin başını yakamam ben. Yeter artık. Burası Türkiye Cumhuriyeti değil. Türkiye Cumhuriyeti olsa ipten alıyorlar adamı. Almanya burası. Bir tokat beş bin lira, on bin lira. Bu davada senin işin bitti oğlum. Senin on altı, on yedi yaşındayken herife bir koydun amına koyun bunun da çenesini kırdın. Adam tanıdık çıktı, Türk çıktı da götü yırttı. Dangalak. Öyle değil miydi? Allah'ın yazık çenesini kırmadın mı? Herif an blinde oluyor lan oğlum mektubu ben okudum ya. Seni tanıyan bir Türk çıktı da götü kurtardın. Yeter artık. Ne ya? Ne ya? Nereye ya? Ne gülüyorsun lan? Ne? Kamara. Ne kamerası? Ben bunu havuzumun onu. Ananı, amra beni sikiyim. Anasını siktim oğlu lan. Amına. Dokun mu oğlu senin. Amına dokun kameramdan mamarağımdan senin. Ananı, amra beni siktim. Anasını siktim oğlu. Elmine yanına haline bak. Amına koyun böyle şakanın da. Kamerasının da amına kodumun oğlu lan. He? Lan emriksiniz. Anasını siktim oğlu amına koyacak. Senin kameranla evinde ocak. Lan sen beni delirtecen mi oğlum? Gel, gel, gel kucağıma gel ama. Lan git oğlum eşeğe namına su koyuverdin anasını siktim oğlu. Bana evi ocağı dağıttıracaksın akşam akşam amına kodumun yerinde lan. Elime siktin elimin içine amına kodumun oğlu. Bak ya elime ayağıma bak. Amına kodum bile. Anasını siktir git. Da schmeckt Valla, du sopa zu viele, du zu fass. Was ist ein Blit? Es ist ein Blit. Das ist ein Blit. Dann ist er es ein Blit. Das ist ein Blit, wir sind. Das ist ein Blit. 2 5 Drei Al, anahe anabahe soh, al. Biri aburdu. Lan yürü git karı ya, elim ayağım boşaldı ya. Biri aburdu. Masayı kırdı, bilçemimi kırdı, 300 Euro. Lambayı... Abla buddun çocuğu, senin kafan yürümadın... Durma, siktir git lan. Beni de alet ediyorsun. Kim yazdı onu biliyor? Andy. Andy yazdı. Andy yazdı, ekstasyon. Andy'nin de anasını çekeyim abla buddum Andy bile. Gel, gel gel gel. Lamba patlıyor, fünfer. M 알�anın sana? Nur prediction mi? Bin v underground. Der Зап cesenyebut powin affet. Baba, lebih de güzel"? Anami sana de затın, de bütün aile et gel gel gel. Bu verde. So, colors. See ya. Seher SHIVI GANIís. человек yürüm keynote. стало selen van. Ey, beynik bu solo toluğ. Te�� Verdeta faس fools. Es gibt in diesem Land Gesetze. Wenn jeder sich durchprügeln würde, würde das hier aus ihm in Texas. Da hat er mich richtig wieder verarscht dieses... Was ist denn dein Ohr? Das ist dein Ohr, dein Ohr, dein Ohr. Du bist ein Ohr, dein Ohr, dein Ohr. Du bist ein 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 Ohr. Du bist ein Ohr. Lasst euch einen Ohr. Warum da? Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal für mehr solche Pranks. In Zukunft werden noch kranke Sachen kommen. Ich hab richtig richtig krank Ideen. Ich sag jetzt mal diesmal keine Likeanzahl. Wenn ihr auf jeden Fall den nächsten Pranks sehen wollt, dann drückt einfach auf Gefällt mir. Und jetzt noch viel Spaß mit dem Ende. Folgendes. Die Uhr, die ihr jetzt gerade gesehen habt, Louis Rye heißt die Marke. Richtig 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 geile Ohr und richtig qualitativ hochwertig und ich schwöre bei Gott, ich sage das nicht so, weil ich irgendwie mit dieser Person zusammenarbeite, sondern weil das eine Aktion ist, hinter der ich stehe. An Ramadan, Leute, wenn ihr euch diese Uhr kauft, wird automatisch 2 Euro gespendet an eine muslimische Hilfsorganisation auf der Seite ansaar.de. Alles ist unten verlinkt. Dann könnt ihr das auch verfolgen und sehen, dass es wirklich gespendet wird pro verkaufte Uhr. Werden 2 Euro gespendet und die Seite ist richtig geil. Die Instagram-Seite ist auch unten verlinkt. Ihr könnt die Instagram-Seite direkt abchecken, abonnieren, wenn ihr wollt. Und an Ramadan perfekte Gelegenheit, sich selber eine Uhr zu gönnen, weil man braucht immer gute Uhren und die sind günstig. Plus, ihr kriegt noch oben drauf mit meinem Rabattcode 10% auf jede Uhr plus ihr kriegt noch ein kostenloses Armband dazu. Kennt ihr diese Armbänder mit diesem Anker? Die sind ungefähr 10-15 Euro kosten. Die kriegt ihr auch gratis dazu. Gratis, also für jede gekaufte Uhr richtig richtig geil. Solange der Vorrat reicht. Also ich glaube davon gibt es nur 100 Stück. Deswegen würde ich richtig Gas geben, Leute, damit ihr noch so ein Armband bekommt. Dann checkt den Link unten in der Beschreibung. Ich glaube, erster Link auf jeden Fall zu den Uhren, richtig richtig geil. Zweiter Link, Instagram-Link und so weiter. Da könnt ihr euch die Bilder angucken. Es gibt nämlich mehrere Varianten. Das waren nur zwei Stück. Und ja, was soll ich sagen? Abonniert meinen Kanal und aktiviert diese verfickte Glocke, Alter, damit ihr kein Video mehr verpasst. Werden diese Videos, will man einfach nicht verpassen, Leute. Glaubt mir, das ist zu lachkicken, zu... Ich feiere diesen Mann. Ich feiere diesen Mann einfach. Der ist mein Vater, aber der ist gleichzeitig auch mein Bruder, so. Versteht ihr, was ich meine? So ein Verhältnis. Auf jeden Fall. Der letzte Prank hatte 24.000 Likes. Wenn wir das toppen würden, das wäre auf jeden Fall ultrakrank, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Schaut einfach auf, gefällt mir, wenn ihr noch ein Prank sehen wollt. Wir schauen einfach, wie viele Likes entstehen in diesem Video. Ich bin raus. Und Peace. Ach ja, bevor ich es vergesse. Schaut ist das so. Ja.